Ja, Freunde, und weiter geht's bei Vampir auf dem, äh, Friedhof, wo wir gerade eben schon gesehen haben... Was war... Hat hier gerade... Ah, hier. Dass wir hier alles und jeden töten. Wer bist du? Shao Jun! Äh, Entschuldigung! Du warst nicht wichtig, deswegen musstest du leider sterben. Wer liegt hier? Ja, dafür konnte ich nichts. Ihn wollte ich retten. Ich bin gespannt, was McCullum jetzt... Ob ich dem jetzt wieder eine knallen muss? Irgendwo hier muss er sein. Ich mein, das ist ja eindeutig, ne? Irgendwo hier. Das Grab der Schwester. Hä? Oh. Alter! Entschuldigung. Du findest, dass ich nicht schnell getötet werde. Ich weiß nicht, dass ich nichts töten werde. Ich bin hierher, weil ich dich brauchen muss. Wirklich? Ich bin überrascht. Sprich, dann. Ich brauche das Blut eines Königs. Das Blut von Arthur. Ich bin sicher, dass du es haben willst und ich muss es haben. Das Schäuze der Schäuze und preisvolle Relic. Warum würdest du... Ich kann der Epidemie ein Ende setzen, ich muss ein Desaster stoppen. Wir nehmen das. Das Schäuze der Infektion. Es kann sein, oder ein gewisses Wettbewerb, das ist für all das. Aber ich werde das enthalten, oder beide, um Ende der Epidemie zu Ende. Ein Vampire-Doktor? Mein Gott, du bist ein beeinflusst. Jonathan Emmett-Reed. Du wirst nicht verstehen, dass wir das gleiche Sache aus dem Ausgangsschauen wollen. Ein Mittel, um Ende der Epidemie zu Ende dieser Vampire-Vampire. Nicht die Schäuze! Aber kann der jetzt noch mal... Geil, jetzt haben wir das. Ich hätte es nicht gedacht. Er ist hier geboren. Waren beide deine Eltern von Vampiren getötet? Ja. Und noch schlimmer. Mein Vater hat ein Vampire zurückgekehrt. Er hat meine Mutter ausgelöst. Und wer war dieser Mann? Karl Eldritch. Einmal der Priwin-Leader. Er hat meinen Vater in fronte mir. Er hat mir geholfen, mein Bruder Ayn, nachdem er mir zu tun hat. Ah, scheiße. Entschuldigung. Ich bin doch keine Bestie. Ey. Oh, immerhin das. Das ist natürlich schlecht in dem Fall. Adieu, Vampire-Hunter. Until we meet again. Blooddrinker. Until we meet again. So. Und eigentlich müssten wir jetzt... Oh, durch den Bereich... Ich meine, hier haben wir ein Teil gesäubert. Durch den Bereich hier rüber ins Westland. Oh Gott. Alter, ist das doof. So viel Ausdauer kann ich gar nicht haben. Warte mal. Ah, hier. Ich höre Ratten. Ich höre Ratten. Ich höre Ratten. Achtmal F gedrückt, bis was passiert. Immerhin. Haben wir jetzt wieder ein bisschen unsere Blutvorräte aufgestockt. Und... Ja, 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 ja. Da ist doch schon safe, ne? Da ist doch schon safe ground, hier. Ha, 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 ha. Ihr Spaten. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf so einen Fight, muss ich ganz ehrlich sagen. Das bringt mich nicht voran gerade. Das kostet nur Zeit. Wir müssen uns irgendwann mal EP-mäßig ein bisschen hochfarmen, aber... Beziehungsweise mal weiterentwickeln. Aber das geht jetzt halt gerade nicht. Ich möchte auch nicht alle aussaugen. Das... Hab ich schon gesagt. Wir lassen hier ein paar Leute noch am Leben. Warum denn auch immer alles töten? So, und jetzt ist die Frage. Wir müssen hier an das untere Whitechapel... Ja, okay. Dann müssten wir hier lang, oder? Ja. Ah, ja. I don't have your money. Nee. Aber immerhin... Warte. Unsere Stats erstmal wieder voll. Unsere Stats erstmal wieder voll. Ah, ne. Dich könnte ich eigentlich auch... Dich könnte ich eigentlich auch inzwischen... Naja. Beseitigen. Also, warte mal. Hat die vielleicht noch irgendwas Neues? Nö. Achso. Und weiter geht's. Dann sind wir nämlich gleich im Westend und können hier durchstappen. Müssen wir hier so rechts... äh links. Oder wir können auch rechts. Wir gehen links. Problem ist jedes Mal, wenn er seinen Dolch zieht... Das ist halt ein bisschen doof an der Stelle. Aber du bist noch nicht ganz so stark. Was? Diese Giftbomben hier sind scheiße. Die tun mir echt weh. So, jetzt ist die Frage, wie ich das mit Redgrave mache. weil der hat ein Problem mit mir. Das wissen wir. Aber, ja. Ah, ne. Wir gehen über den Hintereingang rein. Hahaha. Vielleicht bringt das ja was. Wir haben den ja aufgeschlossen beim letzten Mal. Ich weiß immer noch nicht, was dann wird ihr hier machen. Den letzten Hinweis. Wir machen jetzt erstmal die Mainquest hier. Und dann gucken wir weiter. Alter, kannst du mal nach oben gucken? Ich drücke dreimal nach oben mit der Maus und der zieht mich jedes Mal wieder runter. So. Ladebildschirm. Hier wird gecuttet. Bis dann. So. Jetzt sind wir hier drin. Die mögen uns nicht. Keine Ahnung, wie wir das jetzt hier bewerkstelligen sollen. Ob wir jetzt hier Leute töten müssen. Die hätten nicht mal aufräumen können. Höh! Ähm, wo ist Milton Starr? Was? Alter! Alter! Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Alter! Ey, du gehst mir auf den Sack. Das geht mir gerade super aufs Schwein, der Dude. Starkes Ausdauer-Serum. Ausdauer-Serum. Regeneration-Serum. Alter! Alter! was für ein Penner. Drei Schillinge für den? Wollt ihr mich verarschen? Drei? Das geht mir auf den Sack, ey. Wo ist denn Redgrave jetzt? Das ist ein beschissener Quest. Das ist... Wirklich. Es gibt doch keine Musik hier drin. Nix. Ich hatte schon wieder keinen Bock auf den Fight gerade eben, weil der Kunde so... so richtig imbar war. Das geht mir auf die Eier. Hat er nicht gesagt, are you from Escalan? Warum fragt denn der mich, dass er mich dann töten will? Hier ist diese Tür. Aber wir gehen da jetzt rein. Oh. Tola. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? Traitor. I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic. But I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far. But the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker profited to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Behindern Sie meine Fionis. Das ist die letzte Hoffnung in der Stadt. Schluss mit dieser Farce. Letzte Hoffnung. Wir gehen den Weg. Das ist mehr wichtig, als der Club, Sie oder ich. Das ist London's letzte Hoffnung. Ich sehe. Well, in diesem Fall, wenn du die Gratitude in der Situation schaffst, ich glaube, ich kann dir eine Droppe geben. Danke, mein Herr. If you manage to save this city, you'll prove yourself a verisalable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Okay. Ich gucke jetzt nochmal hier unten, ob vielleicht irgendwas passiert ist. Ich meine, hier ist ja der Tim dazu und hier geht's in den Keller. War nicht eigentlich hier die Tür, die nach, äh, die nach außen führte, dachte ich? Ich meine, das war doch der Ausgang. Nee. Okay, okay, dann bin ich jetzt echt ein bisschen daneben gerade. Hier, das ist doch eine Kiste, die man eigentlich öffnen kann, ne? Hier, komm. War klar, dass da nichts drin ist, dass das nicht geht. Wieso zischt es hier eigentlich so? So, und jetzt finde ich ein Unterschlupfungheim. Alles klar, dann gehen wir jetzt wieder raus und machen das mal in unserem Haus. Ach, ein schöner Reim. Ha! Are you from Ascalon? Halt die Fresse, Mann, ey. Oh, ist das anstrengend. Mann, 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 Mann. Die Dudes gehen mir gerade richtig auf den Zünder und wir machen hier einen kleinen Cut. Bis dann. So. Schauen wir mal weiter. Hat der jetzt hier eigentlich irgendwas Neues, was man kaufen kann? Der hatte doch kürzlich hier dieses... Da, 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 da. Oh. Hast du noch keine Neues über Aloysius Dawson? Ich werde ihn nie wieder sehen, in meinem Shop, es scheint. Ich habe nicht gedacht, wie viel seine Gesundheit hat sich aufgelistet. Im Endeffekt kann nicht sogar Geld dich aus der Tod schützen. Das stimmt. Oh. Oh. Calhoun, tell me about your relationship with Doris Fletcher. Oh. Doris. Cold fire and burning ice trapped in a perfect body. Our passion was as intense as it was brief. What an actress. Okay. How did you meet her? On a boat to France before the war. She was thinking about a career in Paris and I was eager to try French gastronomy. We both returned disappointed. I expect you've seen her on stage, too. She really is the best actress of her generation. Such frailty and such strength at the same time. I hope she'll play again soon. She's been away for too long. Sie ist tot. You sound surprisingly sad. Have you regrets? I think of her as a divine dish. I'm glad I was able to taste it. But I regret I could only get a bite of her mystery. Das kann ich verstehen. You really loved her then? She fascinated me, Dr. Reed. I can't imagine what she must have endured through her life to reach such a level of emotion and sensibility. I may have... So, eigentlich wollte ich damit hier handeln. Brauchten wir nicht Salicin für irgendwas? Er hat aber auch nichts mehr, was irgendwie sinnvoll ist, ne? Na ja, wir gucken erst mal, was wir wirklich noch brauchen. Ich würde gerne den Clever noch ein bisschen umbauen. Also verbessern dann in dem Moment. So, gehen wir hier hoch. Was? 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 Der Kacke sagt, das kann beat you. Ach, egal. Der hat uns nichts mehr zu sagen. Wir haben dem die Uhr gegeben und fertig. Der quietscht hat seine Fenster polierend blank. Dann ist das okay. Mutti rennt hier rum. Wir gehen in unser Zimmerchen. Füllen mal die paar Trönchen auf. Und, äh, gehen an unsere Werkbank. Gegenmittel. Entschuldigung, das gibt erst mal 550 EP. Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. Die Musik wird zumindest sehr dramatisch. Und ich denke, wir kriegen jetzt richtig auf die Fresse. Eigentlich müssten wir noch mal, haben wir noch irgendwas zum shoppen? Ne, haben wir hier nicht. Musik ist ziemlich geil. Können wir gerade durchgehen. Es spitzt sich alles zu. Äh. Hier müssen wir hin. Ich bin super gespannt. Ich bin wirklich super gespannt, wohin das jetzt führt. Oh Gott. Wow. Das ist wirklich mega, was jetzt hier gerade... Die Musik war ziemlich gut. Oh, ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Bin wirklich gespannt, wie das weitergehen wird. Aber, wir machen jetzt erst mal einen kleinen Cut für den Ladebildschirm. Bis gleich. Kandensation beim Uferdamm. Schauen wir mal. Ach so, dann kommen wir jetzt von hier unten rein, oder? Keine Ahnung. Was macht der da? Hab dir gerade Ratten gehört. Ähm. Oh, hier ist noch eine Kiste. Sehr schön. Dann müssten wir doch jetzt hier... für, äh, äh, ähm. Ach, nee. Nee, das ist Quatsch. Hier? Kommen wir hier nicht weiter? Zu ihm? Äh, zu denen? Scheiße, wie war denn jetzt der Weg hier? Okay. Ähm. Ja, wahrscheinlich hier lang. Genau, hier durch diese Tunnel. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Keine Ahnung. Aber ja. Ah, blablab. Das nehmen wir mit. Hier ist auch noch was. Hab ich das damals alles übersehen? Oder ist es wirklich respawnd? Ich weiß es nicht. Das merkt man sich halt wirklich schwer. Ähm. Das hätte ich wahrscheinlich auch deutlich einfacher haben können als jetzt. hat das Spiel gespeichert. Oh nein. Hat das Spiel gespeichert? Und eigentlich... Das müssen wir jetzt erst mal eine kleine Pause machen. Dann gucken wir uns das nämlich beim nächsten Mal an. Ich sag vielen Dank und bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Mal an. förberjäder hat.